servus leute und zwar wird wieder etwas extremer im hotel wie ihr seht schimmelt hier das sind insekten und ja was ich sagen da war ne lag halt mister august ja da kann ich nur auf das video das neue gesetz verweisen indem ich das grundgesetz geistes krank verehrt habe das ist frohlich ja da wollen wir erstmal den schimmel beseitigen und dann teste ich mal diese perlen aus um das ganze etwas spannender zu gestalten muss ich zugeben ich habe keine ahnung wie lange die aufweichen müssen ich gebe mir da jetzt einfach mal 24 stunden was zum pick ist hier lebt doch schon Alter, Alter, Junge. So. Gut, das lass ich erst mal ablaufen. Ja, krass. Scheiße, Mann. Scheiße. Heilige, heilige Scheiße. Es ist wirklich brutal. Es ist wirklich brutal. So, krass, Mann. Ja, am heutigen Tage wurde beschlossen, dass ab 1.4.2024 Marie Johanna legalisiert wird. Und euer Bob Schender fragt nach eurer Meinung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oh, ist das kalt. Schimmel. 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 Ja, ja, ja. Schimmel. 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 Schimmel, 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 Schimmel. Die Trommel ist nicht voll, da kommt noch eine Menge rein. Alles muss in die Waschmaschine. Alles muss in die Waschmaschine. Oh, ja. Ne, bleib mal vernünftig, das kann hier drin bleiben.